Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Mayer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Es ist auch eine Aufgabe der Ethik, sich kritisch zu reflektieren und zu fragen, wie ethisch ist die Ethik und wie moralisch ist die Moral. Ich habe auch ganz oft verloren, ganz oft. Und das muss man aber durchhalten. Und irgendwann gewinnt man. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Dass man sich nicht Dingen entgegenstellt, die absolut nicht klappen, sondern immer schaut, welchen anderen Weg es denn noch gibt. Das ist etwas, was man sowohl für den Sport als auch fürs Leben gut mitnehmen kann. Mein Name ist Tina Mayer-Schneider. Ich bin wissenschaftliche Referentin am Roman-Herzog-Institut. Und mit diesem Podcast bringe ich Menschen nach vorne, die mit ihren Ideen und ihrem Wirken etwas bewegen wollen. Heute zu Gast Professorin Yvonne Thorhauer. Hallo Frau Thorhauer. Hallo, danke für die Einladung. Yvonne Thorhauer hat eine interdisziplinäre Ausbildung in Ökonomie und Philosophie. Ihre Forschungsbereiche sind Wirtschaftsethik, Sportethik, Ethik des digitalen Zeitalters und Ethik der Raumgestaltung. Sie ist Professorin, Leiterin der Forschung und Senatsmitglied der Arkades-Hochschule Bad Homburg und Lehrbeauftragte der Goethe-Universität im Forschungsbereich Wirtschaftswissenschaften. Darüber hinaus wirkt sie als Dozentin am Philosophischen Kolleg für Führungskräfte und macht noch vieles mehr. 2019 holte sie den deutschen Meistertitel im Amateur-Kickboxen und ist Mitglied der Dahn-Prüfungskommission der WKU World. Sie hat international die Referee-B-Lizenz für die WKU World und den WMAC. Viel Stoff, um darüber zu sprechen. Frau Thorhauer, Sie sind Universitätsprofessorin. Was macht Ihnen an Ihrem Beruf denn am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht mir das Reden, das Diskutieren mit den Studenten. Das ist eigentlich das, was am schönsten ist. Und ich lege auch immer sehr viel Wert darauf, dass ich viel Raum für Diskussionen habe, weil ich habe ja auch mal Betriebswirtschaftslehre studiert. Und da ging es immer nur so dieses Sture, so viel Stoff, wie es nur irgendwie geht, in sich aufnehmen. Und bei der Philosophie habe ich dann plötzlich dieses freie Denken gelernt und auch mal Ungewisses aushalten. Und das genieße ich sehr und gebe auch gerne gerade Philosophen der Wirtschaftswissenschaften mal ein bisschen diesen Freiraum zur Diskussion, den Sie sonst in Ihrem üblichen Studium in der Regel nicht haben. Sind die Studentinnen denn dann erst mal überfordert, wenn Sie sagen, jetzt denken wir mal darüber nach, lassen das mal wirken? Wer möchte sich dazu äußern? Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ein paar, die möchten eigentlich lieber Frontalunterricht haben. Aber es gibt auch sehr viele, bei denen bewegt das was. Und das freut mich dann natürlich immer sehr besonders. Manchmal kriege ich dann auch nochmal E-Mails im Nachgang, wenn Studierende was ganz besonders bewegt hat. Und da freue ich mich natürlich immer drüber, weil ich merke, jetzt habe ich was berührt. Was im Menschen zu berühren, ist Ihnen wichtig mit Ihrer Arbeit? Auf jeden Fall, ja. Wann würden Sie sagen, ist so ein Punkt erreicht, dass Sie jemanden berühren? In der Lehre, jetzt reingesprochen in der Wissensvermittlung. Merkt man das, wenn sich auf einmal so ein Aha-Moment auf den Gesichtern einstellt oder vielleicht ein Denken in Erwägung gezogen wird, das vorher vielleicht für denjenigen gar nicht so bekannt war oder von Relevanz? Manche Impulse sind wirklich neu für die Studierenden. Ich merke es als allererstes an den Fragen, die dann kommen. Die sind manchmal auch wirklich sehr gut gestellt. Und ich freue mich immer, wenn sich daraus dann eine Diskussion entwickelt. Und dabei ist es mir gar nicht wichtig, dass die Studierenden meine Meinung übernehmen, sondern dass sie sich Gedanken machen und eine eigene Haltung entwickelt, was, glaube ich, auch vielen sehr gut gelingt. Weil Sie müssen ja irgendwann auf eigenen Beinen stehen. Ich bin ja nicht die ganze Zeit da. Auf eigenen Beinen stehen ist auch ein Stichwort für mich. Sie sind ja nach der Schule gar nicht direkt an die Universität gegangen, sondern haben erst mal eine Banklehre gemacht. Ja, ich hatte meine ganze Schulzeit lang eine Freundin, die habe ich sehr beneidet. Die hat in der ersten Klasse zu mir gesagt, ich will mal Tiermedizin studieren. Und dann habe ich gesagt, ach ja, da wollte ich in der Zwischenzeit zig Sachen. Und na ja, heute ist die Tierärztin und ich war dann fertig mit meinem Abitur und wusste immer noch nicht, was ich machen wollte. Ich habe dann irgendwann gedacht, na ja, vielleicht studieren, aber ich weiß nicht was. Und dann meinte mein Vater, komm wir auf Kaufmannsfamilie, dann mach erst mal eine Banklehre. Na ja, dann habe ich eine Banklehre gemacht, in der Hoffnung, dass ich dann wüsste, wie es weitergeht. Und dann war ich mit der Banklehre fertig und alles, was ich wusste, war, ich möchte nicht bei der Bank bleiben. Dann bin ich zur Studienberatung gegangen und habe gesagt, also ich habe eine kaufmännische Lehre abgeschlossen. Ich möchte was studieren, aber nicht Betriebswirtschaft und ich möchte irgendwas mit Sprachen machen. Naja, und dann haben wir irgendwie hin und her überlegt und die Studienberatung hatte mich dann irgendwann verabschiedet mit dem Satz, überlegen Sie sich doch mal, ob Sie nicht doch Betriebswirtschaftslehre studieren wollen. Naja, und dann habe ich also Betriebswirtschaftslehre einer privaten Hochschule studiert, wo ich dann die Möglichkeit hatte, parallel dazu Englisch und Französisch weiterzumachen und noch andere Sprachen zu lernen. Ich hatte auch Auslandssemester und das hat mich eigentlich sehr glücklich gemacht. Nur nachdem ich dann Diplomkauffrau war, wusste ich immer noch nicht, was ich machen wollte. Also ich habe diese Leute, die diese Berufung haben, die beneide ich wirklich. Ich finde das ganz toll, ich habe das nie gehabt. Und dann habe ich überlegt, was willst du machen? Und ich hatte einen Professor, das war der Professor Rohrbach, der ist mittlerweile gestorben. Das war ein Professor für kreative Problemlösungen und Ideenfindung. Und da bin ich zu ihm hin und habe gesagt, Professor Rohrbach, das, was Sie gemacht haben, das war das Tollste, was ich mir am ganzen Studium erlebt habe, ich möchte bei Ihnen arbeiten. Dann hat er gesagt, naja, ich bin eigentlich so ein Ein-Mann-Unternehmensberatung und ich bin auch schon relativ alt. Aber überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht promovieren wollen. Und dann habe ich gesagt, naja, okay. Ich wollte aber eigentlich nie vor anderen Leuten sprechen und deshalb war mir das mit dem Promovieren, hatte ich gar keinen so den Drang dazu. Aber der hat dann gesagt, aber wissen Sie was, ich habe festgestellt, dass alle Leute, die Betriebswirtschaftslehre studiert haben, nicht denken können. Gehen Sie doch mal in ein philosophisches Seminar. Naja. Also ich fand das gar nicht gut, weil ich war sehr stolz auf mein gutes Diplom zu der Zeit und konnte aber natürlich nicht einfach da nicht hingehen, weil sonst hätte der mich beim nächsten Mal wieder gefragt, und waren Sie dort? Und dann bin ich halt zähneknirschend zu einem philosophischen Seminar, wusste eigentlich erst gar nicht, wo ich hingehen soll, habe mir das Vorlesungsverzeichnis von der Johann Wolfgang Goethe-Universität besorgt und mir haben diese Sachen alle nichts gesagt. Das waren für mich solche Fremdwörter, Haushaltsphänomenologie, Transzendalphilosophie und also, und plötzlich war da ein Seminar, was ist Geld? Da sage ich, das ist gut, was ist Geld? Geld, mit Geld kennst du dich aus und philosophieren mit Führungskräften. Und dann bin ich da hingegangen, es war ein Montagabend, ich weiß es noch wie heute. Und dann saß ich in diesem Seminar und da wurde dann fleißig diskutiert. Was mir ein bisschen suspekt vorkam, war, dass die so viel über Marx geredet haben, weil Marx war eigentlich sowas, wo wir im BWL-Studium nicht so, der wurde nicht so gut angesehen, das war eher so pfui und die haben den alle ganz seriös diskutiert. Ich habe aber nicht so richtig verstanden, worum es da ging. Ab und zu fiel der Begriff Mehrwert und dann habe ich gesagt, ah, den kenne ich aus der Steuerlehre. Die haben natürlich den Marxischen Mehrwert gemeint und insofern hat das irgendwie auch wieder nicht gepasst. Und ab und zu fiel der Begriff Geld und dann habe ich gesagt, Geld, Geld, okay, kenne ich. Also irgendwie, ich habe nichts verstanden in dem philosophischen Seminar. Und dann sagte der Dozent dankenswerterweise so, wir gehen jetzt mal ins studentische Café, trinken noch einen Wein und unterhalten uns noch ein bisschen. Naja, und dann bin ich da mitgegangen und kam mit ihm ins Gespräch und das war der Professor Dr. Klaus-Jürgen Grün, der dann ein paar Tage später tatsächlich mein Doktorvater geworden ist. Und das ging dann alles ganz schnell so, dass ich wirklich wie die Jungfrau zum Kinde zur Philosophie kam und in Philosophie promoviert habe an der Goethe-Universität, aber tatsächlich meinen Ursprung in der Ökonomie nicht verlassen habe, sondern ich habe über ein wirtschaftsethisches Thema geschrieben. Das heißt, ich habe die Ökonomie und die Philosophie verbunden und habe mir da drei Philosophen rausgesucht, nämlich Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche und Sigmund Freud und habe überlegt, wie man deren Theorien für eine Wirtschaftsethik fruchtbar machen kann. Ja, und danach war ich fertig und dann wusste ich immer noch nicht so richtig, was ich werden soll. Und ja, dann bin ich aber bei der Lehre geblieben. Dann habe ich gemerkt, das macht mir ziemlich viel Spaß. Ich hatte dann viele Lehraufträge und habe dann irgendwann auch meine Scheu überwunden, die sehr groß war, vor Leuten zu sprechen. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mich das erfüllt und freue mich jetzt eigentlich, dass ich mich so vom Leben habe treiben lassen und immer geguckt habe, wo sich was auftut. Und das war genau richtig im Nachhinein. Auch wenn ich nie diese Berufung gespürt habe, jetzt bin ich da. Würden Sie in der Dichotomie dann sagen, dass Sie eher Bauch als Kopfmensch sind? Das ist schwer. Ich bin beides. Ich bin beides eigentlich. Also man, nee, könnte ich nicht sagen, dass ich eher Bauch- oder Kopfmensch bin. Eine Berufung haben Sie dann aber ja vielleicht gefunden, indem Sie zum Kampfsport gekommen sind. Wie ist der Ihnen über den Weg gelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich wollte schon immer Kampfsport machen, schon als kleines Mädchen. Aber ich kannte nie einen, der Kampfsport gemacht hat. Und so als Kind meldet man sich ja nicht einfach irgendwo an. Ich hatte auch keine Kampfsport-affinen Eltern. Ich komme aus einem Fußballerhaus. Mein Vater war Vizepräsident vom FSV Frankfurt. Und bei uns gab es eigentlich nur Fußball. Und ja, da bin ich nie dazu gekommen. Und irgendwann, es war schon sehr spät, da war ich tatsächlich 27 Jahre alt, hat mein Nachbar Wing Chun gemacht. Das ist so eine Art Kung Fu. Und da habe ich gesagt, das ist toll, da gehe ich mal mit. Und dann bin ich zum Wing Chun gekommen. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und habe das auch bis zu meinem zweiten Lehrergrad fleißig trainiert, auch mehrfach die Woche. Und ja, dann habe ich meinen Mann kennengelernt, der Kickboxen macht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss mich für eins entscheiden, weil die Bewegungsabläufe sind so konträr teilweise, dass das kann man eigentlich nicht gleichzeitig machen. Ich habe es eine Weile lang versucht, aber es ist schwer. Und dann habe ich mich fürs Kickboxen entschieden und bin jetzt sozusagen dabei. Aber manchmal, wenn es eng wird, mache ich trotzdem Wing Chun Techniken und überrasche damit andere Kickboxer. 2019, wie ich gesagt habe, sind Sie deutsche Meisterin im Kickboxen geworden. Was war das für ein Moment für Sie? Ach, das war ein toller Moment, zumal ich ja ein paar Wochen vorher erst auf der Weltmeisterschaft gekämpft habe und da verloren habe in der ersten Runde gegen die Frau, die dann Weltmeisterin geworden ist. Und dann hatte ich genau dieselbe Frau auch vor mir stehen, ein paar Wochen später und habe dann gewonnen in der Verlängerung. Also es war auch ein unheimlich spannender Kampf und das war ein sensationelles Gefühl. Das war ganz toll. Also war ich sehr, 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 sehr stolz drauf. Und wie ich im Vorgespräch gelernt habe, Sie haben den vierten Dahn, den vierten Lehrergurt, aber Sie wollen noch weiter. Ja, natürlich. Aber jetzt habe ich erst mal eine Wartezeit von fünf Jahren. Die vier Balken auf meinem Gürtel behalte ich jetzt erst mal und das ist auch in Ordnung. Ja, ich mache auf jeden Fall weiter. Mich erfüllt das. Ich habe viel Freude daran. Ich führe zusammen mit meinem Mann zwei Kampfsportschulen in Leverkusen und in Frankfurt. Ist es was aus der sportlichen Karriere oder lassen Sie mich es anders formulieren, in der Universität haben Sie sich viel mit Philosophie auch beschäftigt. Sie haben eben die Denker genannt, über denen Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben haben. Können Sie aus diesen philosophischen Theorien was mit in den Sport nehmen oder gibt der Sport Ihnen eine Denkweise, eine Philosophie mit an der Hand, die Ihnen hilft, im beruflichen Alltag manchmal klarzukommen? Kann sowas, was Schopenhauer vielleicht formuliert hat für bestimmte Wertvorstellungen oder so, findet sich sowas auch in einer fernöstlichen Denkrichtung wieder oder in dem Sport Dinge anzugehen, sich Ziele zu setzen? Ja, wir haben im Sport natürlich auch viele Werte. Also, dass man Mut hat und auch in sich Selbstvertrauen hat, dass man, ja, auch wenn man Rückschläge hat, dass man immer wieder aufsteht, dass man auch versucht, ein bisschen das, was ich in meinem Leben gemacht habe, wenn Rückschläge kommen, auch so ein bisschen das zu umschiffen. Also, wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen, ja, dass man sich nicht Dingen entgegenstellt, die absolut nicht klappen, sondern immer schaut, welchen anderen Weg gibt es denn noch? Also, das ist, glaube ich, etwas, was man sowohl für den Sport als auch fürs Leben gut mitnehmen kann. Und den Aspekt der Fairness vielleicht, denn der spielt sich wahrscheinlich in Ihrer Forschung doch irgendwo auch wieder. Ja, die Fairness ist ja die Kardinaltugend des Sports eigentlich. Also, ohne Fairness wird ja der ganze Sport eigentlich ad absurdum gefühlt. Also, ein Sportler, der immer unfair ist, untergräbt ja letztlich die ganze Idee des Sports. Ja, also, wenn ich weiß, ich habe gewonnen, nur weil ich betrogen habe, dann werde ich da auch keine Freude daran haben. Die echte Freude hat man dann eben nur, wenn man auch wirklich durch Leistung überzeugt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da gehört eben auch die Fairness dazu, dass ich auch einmal, wenn ein Gegner was besser gemacht hat, dass ich dem auch die Hand gebe und sage, hier, das war gut von dir. Oder nehmen Sie den Fußballer, für dessen Gunsten eine Elfmeter gepfiffen wird. Und dann sagt er aber, nee, das Vergehen war nicht so schlimm, dass ich jetzt eine Elfmeter hätte kriegen können. Also, gehört schon eine Menge Fairness auch dazu. Und das finde ich ganz toll. Und ich finde, dass man dieses Verhalten kultivieren kann. Also, das kann man zum Beispiel kultivieren, indem man, bei uns im Sport mache ich das, dann mache ich kleine Sparringsrunden, seien es jetzt Kinder oder Erwachsene. Und dann sage ich immer, also, wenn du einmal getroffen wirst als Erster, dann hebst du die Hand und machst Shake Hands und sagst, okay, hast mich getroffen. Und dann sind die Kinder sozusagen ihre eigenen Kampfrichter und bilden da selbst so eine Art Fairness aus, wo sie sagen, okay, ja, bin jetzt getroffen worden. Weil manchmal ist man sich gar nicht sicher als Gegner, war das jetzt auf der Deckung oder war es der Bauch oder habe ich nur das T-Shirt gestreift? Aber der andere spürt es ja. Und wenn der andere dann sagt, okay, war ein Punkt für dich, dann geht es weiter. Und das ist auch fair. Dann arbeite ich auch mit dem anderen, mit meinem Trainingspartner und nicht gegen meinen Trainingspartner. Wie sind Sie Ihrem Vater denn beim Fußball entkommen? Hat er Sie nicht beim Fußball gesehen? Ja, damals war Frauenfußball natürlich noch nicht so groß. Aber ich muss fairerweise sagen, mein Vater hat auch die Damenmannschaft trainiert vom FSV Frankfurt. Und ich war 1985 auch in Berlin mit meinen Eltern auf dem DFB-Pokalspiel. Da war der FSV Frankfurt mit seiner Damenmannschaft wohlgemerkt da. Und ich weiß das noch wie heute, das hat mich damals sehr beschäftigt. Und ich finde es heute auch noch eine Unverschämtheit. Da waren wir in Berlin im Stadion und da haben dann die Frauen ihr Spiel gehabt vor den Männern. Das war Bayern München gegen irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Und dann sind, während die Frauen noch gespielt haben in der Endphase, kamen dann die Männer einfach auf den Platz und haben sich warm gemacht an der Seite. Und das fand ich damals so eine grobe Arroganz. Ich fand das schlimm und vielleicht reagiere ich deshalb auch etwas allergisch auf solche Diskriminierungen beim Fußball oder in anderen Sportarten. Weil das fand ich absolut respektlos. Übrigens interessanterweise bei uns im Kampfsport, wo man ja eigentlich denkt, naja, das ist so eine Männerdomäne. Es ist aber völlig normal, dass ich zum Beispiel als Frau bei einer Weltmeisterschaft einen Männerkampf schieße. Also da wird gar nicht unterteilt, das ist ein Damenkampf, da schießen jetzt Damen und das ist ein Herrenkampf, da darf eine Frau nicht schießen. Also diese Diskussion ist mir für meinen Kampfsport völlig fremd. Ja, währenddessen es im Fußball ja Diskussionen gibt, wenn eine Frau ein Herrenspiel pfeift. Also das ist mir völlig unbegreiflich. Ich kenne das eigentlich gar nicht. Aber ja, ich bin dem Fußball einfach dadurch entkommen, dass es mich nicht interessiert hat. Und mein Vater hat mich auch nicht dazu gezwungen, zum Glück. Aber ich habe gesehen, dass mein Vater und auch meine Mutter da im Fußball ihre Erfüllung gefunden haben und dem Fußball bis heute noch verbunden sind. Und das finde ich auch sehr schön. Aber ja, ich bin halt einen anderen Weg gegangen, sportlich. Wenn Sie nicht lehren und nicht Sport treiben, sind Sie trotzdem in der Natur unterwegs. Warum? Ja, ich habe einen wunderschönen Dalmatiner. Der möchte natürlich auch jeden Morgen seinen großen Spaziergang haben. Und ja, mit dem gehe ich raus, egal welches Wetter ist. Und ich finde, dass mich dieser Spaziergang oft anregt. Auch wenn man manchmal morgens so keine Lust hat und denkt, ach, ich würde jetzt lieber mit einer Tasse Kaffee hier sitzen bleiben und meinen Laptop aufmachen und die ganzen E-Mails beantworten. Aber wenn man dann draußen ist, dann hängt man so seinen Gedanken nach und kommt auf unheimlich gute Ideen. Ich habe dann auch immer mein Handy dabei. Und wenn mir was einfällt, dann spreche ich das auch mal drauf. Manchmal spreche ich auch einfach mal Textstellen drauf, die ich für eine Veröffentlichung verwende. Also da merke ich manchmal, dass die Bewegung, das sind wir jetzt schon fast wieder beim Sport, dass diese Bewegung unheimlich wichtig auch für den Geist ist. Also manchmal sagen mir die Eltern von den Kindern in meiner Schule, Ja, der kann nicht ins Training kommen, der hat so viel für die Schule zu tun. Dabei wird aber dann ganz vergessen, dass gerade dieses Trainieren und sich mal bewegen, dass das auch unheimlich wichtig für den Kopf ist. Man kann da abschalten und man kann aber auch auf neue Ideen kommen. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Man sieht da, wie Körper und Geist auch eine Einheit bilden. Melden sich viele Kinder bei Ihnen in der Kampfschule an? Haben Sie da einen Regenzulauf oder sind das mehr Erwachsene? Nein, also die Erwachsengruppe ist leer im Gegensatz zu den Kindern. Also es ist sehr, sehr viel. Und seit der Corona-Krise noch mehr. Also so ab drei Jahre, Grundschulalter, es wird dann irgendwann weniger so ab 14, 15 Jahren, wenn die Schule anzieht, was ich sehr bedauerlich finde. Oder wenn man natürlich einfach als heranwachsende Jugendlicher andere Interessen hat, namentlich für das andere Geschlecht, dann kann das schon sein, dass der Sport mal an den Nagel gehängt wird. Das ist dann so die große, ja, die große Hürde immer. Aber es gibt ganz, ganz viel Zulauf von Kindern in der Tat. Und wir haben auch viele Mädchen. Ja, also nicht nur Jungs, vornehmlich sogar Mädchen, denen das sehr, sehr gut tut. Aber natürlich, es ist ein langer Weg. Und so die Faustregel ist, von 100 Schülern, die bei dir anfangen, wird einer ein Schwarzgurt. Und das hat mal unser Präsident, der Klaus Nonnemacher, gesagt. Und ich glaube, wenn ich das rückblickend so sehe, hat er damit recht. Das ist so eine Daumenregel, die man grob anwenden kann. Einer von 100 wird Schwarzgurt. Es bedarf ja auch einer gewissen Ausdauer und Konzentration und Liebe dafür. Ja, also es bedarf sehr viel Ausdauer. Und es bedarf auch einer Frustrationstoleranz. Also, wenn sie jetzt Kickboxen machen und sie gehen auf die Kampffläche, sie machen einen Wettkampf, die wenigsten gewinnen beim ersten Mal. Die wenigsten. Ich auch nicht. Ich habe auch ganz oft verloren. Ganz oft. Und das muss man aber durchhalten. Und irgendwann gewinnt man. Und irgendwann gewinnt man auch mehrmals hintereinander. Und das ist dann ein ganz toller Moment. Aber viele halten das nicht durch. Und das ist halt auch, das ist dieser Kampfgeist, den wir auch als Wert bei der WKU-Welt festgeschrieben haben. Dass dieses immer wieder aufstehen, immer wieder sagen, komm, beim nächsten Mal wird es besser. Nicht sagen, der Kampfrichter war schlecht, sondern lieber mit dem Trainer zusammen analysieren, was kann ich das nächste Mal besser machen. Vielleicht sich den Kampf angucken. Heute wird ja alles auf Handyvideos aufgenommen. Und da kann man auch schon sehr gut sehen, was man beim nächsten Mal besser macht. Wenn Sie an der Universität lehren, sind Sie dann auch eine Professorin, die ansprechbar ist für Ihre Studenten? Also wenn es mal daneben geht, sind Sie auch ein Coach, der begleitet? Was kannst du besser machen beim nächsten Mal im Seminar? Wo kann ich dir vielleicht helfen, dass du deinen Weg finden kannst, so wie Ihnen manch der ein oder andere vielleicht auch geholfen hat, ihren Weg zu finden? Auf jeden Fall. Also manche kommen zu mir und reden auch mit mir. Manche aber, und das finde ich dann eigentlich schade, dass diese Chance nicht genutzt wird, kommen gar nicht mehr. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man eine schlechte Note hat, dass man vielleicht auch nicht einfach sich beim Prüfungsamt beschwert, sondern vielleicht mal mit der Dozentin Kontakt aufnimmt und sagt, was war denn jetzt eigentlich genauso schlecht daran oder wie könnte ich es besser machen? Das finde ich ganz wichtig, dass man eben, Fehler machen wir alle. Fehler sind nicht schlimm, aber man sollte eben aus den Fehlern lernen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die ich meinen Studenten eigentlich auch gerne mitgeben würde. Ich habe auch Fehler gemacht. Ich mache heute noch Fehler. Jeder macht Fehler. Aber Fehler sind ja nicht per se schlecht, sondern sie sind ja der Anfang zu was Besserem. Also auch nicht so stolz sein und sagen, ach nee, und aus Fehlern lerne ich nicht und was die mir sagen will, sondern doch auch mal einfach, muss ja nicht immer sagen, ja, die hat recht. Aber ich mag auch ganz gern diese Rede, wenn du mit etwas schwanger gehst. Man hört sich das mal an und dann passt einem das nicht so, aber es läuft dann doch irgendwie mit. Und bei einer anderen Situation merkt man, ja, er hat doch recht gehabt. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Es hilft einem, die eigenen Gedanken zu formulieren und auch sich selbst vielleicht noch mal mit seiner Haltung und den Einschätzungen zu überprüfen. Frau Torhauer, Sie haben Philosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt studiert. Die Universität ist ja bekannt für ihre Frankfurter Schule. Inwieweit haben Sie den Geist noch miterleben können? Ich bin natürlich viele, viele Jahre danach erst an die Goethe-Universität gekommen, zu den Philosophen. Aber der Geist weht da doch noch durch die Gänge. Und ich bin, mein Doktorvater ist ja der Klaus-Jürgen Grün und der wiederum ist Doktorand von Alfred Schmidt gewesen. Und Professor Alfred Schmidt hat mich glücklicherweise auch noch mein ganzes Studium und auch meine Dissertation lang betreut. Und ich habe sehr eng mit ihm zusammengearbeitet, was mir wirklich eine ganz große Ehre ist, weil er ist noch so das letzte Urgestein gewesen an der Universität von der Frankfurter Schule. Und er hat noch gearbeitet unter Marcuse Horkheimer. Er kennt die alle. Und da hat man natürlich auch mal die ein oder andere Anekdote noch erfahren. Das war dann wie so eine Zeitreise. Und ich habe das sehr genossen. Abgesehen davon gibt es wahrscheinlich kaum einen Menschen, den ich so schätze, aufgrund seines unheimlichen Wissens und seiner Intelligenz. Also das war wirklich eine große Ehre, diesen Mann kennengelernt zu haben. Und es ist ein großer Verlust gewesen, als er gestorben ist. Er hat auch tatsächlich immer, er war ja schon lange auch emeritiert, als ich an die Universität kam und hat aber immer noch Vorlesungen gehalten. Und es war immer voll. Das war wirklich faszinierend. Also bin ich froh, ihn kennengelernt zu haben. Bei Klaus-Jürgen Grün haben Sie promoviert und heute arbeiten Sie mit ihm zusammen. Ich hatte wirklich sehr großes Glück, ihn als meinen Doktorvater gewinnen zu können. Oder dass wir uns gefunden haben, müsste man ja schon fast sagen. Es war ein wirklicher Glücksfall. Und wir sind freundschaftlich bis heute verbunden, haben auch im Ethikverband der deutschen Wirtschaft immer regelmäßig miteinander zu tun. Und gerade nächsten Samstag fahre ich auf ein philosophisches Seminar von ihm über die Spaltung der Gesellschaft. Und da gibt es immer einen regen Gedankenaustausch, auf den ich mich auch sehr freue. Einen Satz, den Sie gesagt haben im Vorgespräch, der hat mich sehr beeindruckt. Und zwar, Ethik ist die Warnung vor der Moral. Das ist ein Zitat von Niklas Luhmann und warnt eigentlich davor, dass ich Sachverhalte, die eigentlich anders lösbar sind, dass ich die unnötig moralisiere. Und wenn ich immer den moralischen Zeigefinger erhebe und sage, du sollst das und das nicht tun, dann sage ich aber gar nicht, warum ich das nicht tun soll. Und vielleicht komme ich besser zu einer Lösung, wenn ich einfach sachlich, mit sachlichen Argumenten an die Sache rangehe. Also zum Beispiel bei Corona, als diese Diskussion mit dem Impfen war, dann ist das Problem, wir können unser Recht auf körperliche Unversehrtheit damit einklagen, dass wir sagen, ich möchte, dass sich alle impfen lassen, also mit der Impfpflicht. Wir können aber auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit genau damit rechtfertigen, und dass wir sagen gegen eine Impfpflicht. Also ich lasse mich nicht impfen, weil mir dabei ja irgendwas passieren kann. Also da sehen wir, dass die Ethik uns gar nicht irgendwie immer unbedingt klare Anweisungen an die Hand gibt. Und wir müssen dann gucken, wie kann man am besten die Infektionszahlen runterbekommen, ohne da in der Bevölkerung eben einen großen Unmut zu schaffen. Und das ist eigentlich weniger eine moralische Frage, als eine, die Ökonomen, Gesundheitswissenschaftler und Soziologen beantworten können. Diese Frage wurde aber im Rahmen der Corona-Krise immer wieder moralisiert. Und ich glaube, das hat uns bei der Bewältigung des Problems im Nachhinein nicht gut getan. Diese Moralisierung, von der Sie jetzt gerade gesprochen haben, in Zeiten der Corona-Pandemie, ist ja in weite Teile der Bevölkerung übergeschwappt. Also selbst heute sieht man immer mal wieder Dokumentationen, wo Familien zerstritten sind über dieses Impfen oder nicht, weil das Ganze eben einfach eine sachliche Komponente, einen sachlich geführten Diskursraum an einer gewissen Stelle überschritten hat. Jetzt sind Sie Wissenschaftlerinnen und wollen ja genau eine Sachlichkeit wieder in wissenschaftliche Diskussionen, nicht in Bezug auf die Corona-Pandemie, aber auf unser Wirtschaftssystem bringen. Was ist der Inhalt, wo Sie sagen würden, das ist das, was mich in meiner Forschung antreibt, die zentrale Frage, mit der ich mich auseinandersetze? Ich versuche, Ethik nicht aus einer absoluten Sphäre herzuleiten und ziehe es vor, statt Geltungsansprüche zu formulieren, zu schauen, wo sind denn die Interessen der Menschen. Und eine Ethik sollte sich darum bemühen, nicht nur sich selbst, sondern auch andere ins Zentrum seines Denkens und Handelns zu stellen und auch die Interessen der anderen. Und das finde ich ganz wichtig. Das heißt, ich komme nicht von einer normativen Ebene und nehme einen Normkatalog, zu dem ich wie auch immer gekommen bin, sondern ich versuche zu schauen, wo sind die Interessen und wie kann ich diese Interessen am besten bedienen. Und hierfür brauchen wir in den meisten Fällen gar nicht die Moral, sondern das können andere Fachbereiche lösen. Und die Moral sollte auf keinen Fall dazu benutzt werden, sachliche Argumente zu verdunkeln. Aber genau das ist in der Corona-Pandemie passiert und passiert jetzt auch oft in der Diskussion um den Klimaschutz oder in der Diskussion um soziale Gerechtigkeit. Hier geht es doch um unbeantwortete ökonomische und soziologische Fragen und weniger über Fragen der Moral. Wenn ich aber den moralischen Zeigefinger erhebe, dann verdunkele ich sogleich die Sachargumente und die verschwinden dann, sodass eigentlich keiner mehr darüber redet. Also der moralische Zeigefinger ist so ein Totschlag-Argument. Wenn ich den erhebe, dann darf da auch keiner widersprechen und das schlägt auch in der Regel im Diskurs die sachlich gute Argumentation. Und das ist sehr schade. Und deshalb finde ich, es ist auch eine Aufgabe der Ethik, sich kritisch zu reflektieren und zu fragen, wie ethisch ist die Ethik und wie moralisch ist die Moral. Und das wünsche ich mir auch von meinen Kollegen, dass sie auch ihre eigene Arbeit reflektieren. Denn wir alle sind nur Beobachter. Keiner von uns hat die absolute Wahrheit gepachtet. Keiner kennt sie. Und wir, indem wir forschen, verändern wir auch unser Forschungsfeld. Und wir wiederum sind ja auch Agenten. Und wir können auch wiederum beobachtet werden. Also man muss sich auch die Frage stellen, wie gerecht ist die Gerechtigkeit zum Beispiel. Das sind Fragen, die auch gestellt werden müssen. Aber die sehr oft einfach nicht thematisiert werden. Finden Sie da, wollte ich gerade fragen, Anklang unter Ihren Kollegen. Begegnet man Ihnen da mit einer Skepsis? Ja, da begegnet man mir mit einer Skepsis, weil es eben dem gängigen Vorstellungen von Moralphilosophie erst einmal widerspricht. Kostet Sie das Kraft, Skepsis zu begegnen? Es ist natürlich immer einfacher, wenn ich Leute um mich herum habe, die die gleichen Theorien vertreten. Natürlich ist es mehr Kraftanstrengung. Aber es macht die Sache auch eine ganze Ecke spannender. Weil dann schreibt man nicht nur das, was ohnehin schon überall geschrieben ist, sondern gibt auch mal neue Impulse. Ich finde das sehr spannend. Streiten Sie dann auch mal gerne? Ja, das kann schon passieren. Und das gehört aber zur Ethik dazu. Und das ist auch nichts Schlechtes, denn ich gehe gern mit dem Widerspruch um. Der Widerspruch ist was ganz Wichtiges, denn er kann uns eben auf eine höhere Ebene des Bewusstseins verhelfen. Also Widerspruch finde ich überhaupt nichts Schlimmes. Und man muss nur gucken, das ist so ähnlich wie die Fehler, aus denen man lernt. Was mache ich mit dem Widerspruch? Es können zwei Seiten sein, die beide Recht haben. Und dann muss ich mich nicht für ein oder andere entscheiden. Also nicht diese binäre Logik einem Sachverhalt aufzwängen, sondern gucken, zu was kann ich denn kommen als Drittes? Und das ist das eigentlich Spannende. Und das ist dann, wo es dann fortschreitet und wo man dann irgendwann eine höhere Stufe des Bewusstseins erreicht. Also Ihr Plädoyer, die Entweder-oder-Frage zu vermeiden. Also nicht mal, genau, sondern sich trauen zu schauen, was ist eigentlich mein Gespür dabei und das zu formulieren. Ja, auch was ich ganz wichtig finde, ist, dass man Ungewissheiten aushält. Also ich weiß noch, als ich mein erstes Philosophie-Seminar dann hatte, also als Studentin, kam mein Doktorvater rein. Es war bei Nietzsches Geburt der Tragödie. Und mein Doktorvater sagte, wenn Sie bei Nietzsche den roten Faden suchen, Sie werden ihn nicht finden. So, und ich als frischgebackene Diplomkauffrau habe ich gedacht, so, dann kann ich ja mein Buch zuklappen und kann gehen. Warum sitze ich hier überhaupt noch? Aber dann habe ich wirklich in den Monaten, die danach kamen, gelernt, dass es eigentlich wichtig ist, mal mit diesen Ungewissheiten umzugehen. Und gerade, wenn man Nietzsche liest, da gibt es ja auch einige Stellen, die nicht gleich so verständlich sind und wo man auch mal meint, da widerspricht er sich vielleicht. Und man muss einfach Ungewissheiten aushalten. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass ich auch mal mir erlauben kann, zu manchen Dingen keine Meinung zu haben. Ich habe das Gefühl, dass man heutzutage zu allen Sachen so eine Meinung haben muss. Aber manche Dinge sind einfach schwer zu beantworten, gerade in der heutigen Politik. Ich habe zu manchen Fragen keine Antwort. Und ich finde es auch besser, keine Meinung zu haben, statt sich eine zu bilden und kein Fachmann zu sein. Ich höre mir gerne Fachleute an und vielleicht ergibt sich dann daraus eine Meinung. Aber es ist durchaus legitim, keine Meinung zu haben und da erst mal die Ungewissheit für sich selbst auszuhalten, was eigentlich richtig ist und was falsch ist. Dass man einfach mal, man lässt es offen. Ja, das fehlt mir oft. Wir wollen immer so die Dinge einschränken. Und das ist jetzt das Richtige. Da kommt jetzt der Philosoph, der sagt uns jetzt, was wir zu tun haben, der sagt uns jetzt, ob es richtig ist, dass wir die Kontaktbeschränkungen machen. Aber es ist nicht so einfach. Es ist viel komplexer. Und dieser Komplexität werden wir langfristig nur gerecht, indem wir auch lernen, das Ungewisse auszuhalten. Komplexität ist oft mit der Hochschullehre auch verbunden. Jetzt, wie stehen Sie da zur Wissenschaft so einfach formuliert, dass es auch meine Großmutter verstehen kann? Umso besser, je komplexer ausgedrückt. Wo würden Sie sagen, muss Wissenschaftskommunikation hin? Insbesondere in meinem Fachbereich, wenn wir angewandte Wirtschaftsethik machen, ist es ganz, ganz wichtig, dass auch die Leute aus der Praxis es letztlich verstehen müssen. Ja. Und es ist ja schade, wenn die Philosophie nicht wirkt. Also für wen machen wir es denn dann? Ja, wir wollen die Philosophie ja gerade aus ihrem Elfenbeinturm herausholen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man komplexe Sachverhalte auch mal einfach ausdrücken kann. Ich hatte einen sehr guten Professor, als ich Wirtschaftswissenschaften studiert habe. Das war der Eberhard Fester. Und der konnte in der Mikroökonomie diese ganzen komplexen Modelle so simpel und so einfach erklären. Das hat mich immer fasziniert. Und der ist bis heute noch eigentlich ein Vorbild für mich, in dieser Art, die Dinge runterzubrechen. Ich habe da größten Respekt für. Und ich finde, dass zu einem guten Dozenten auch gehört, Dinge einfach zu erklären. Und zu einem guten Forscher auch gehört, Dinge verständlich zu schreiben, dass sie nicht nur der Fachwelt zugänglich sind. Das heißt nicht, dass man journalistisch schreiben soll, aber man muss es schon so verstehen, dass auch andere Leute einen Zugang dazu gewinnen können. Alle, die jetzt von Yvonne Thorhauer noch mehr wissen wollen, was eigentlich Ethik ist, welche grundlegenden Fragen sie beantwortet und das ganz gut erklärt und einfach runtergebrochen haben wollen, die schalten dann die RHI-Kontexte ein. Aber für heute bedanke ich mich erstmal für die Einblicke, die Sie uns in Ihren Werdegang und Ihr Leben gewährt haben. Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht. Das war der Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute bei mir zu Gast Yvonne Thorhauer. Wer noch mehr von Frau Thorhauer darüber hinaus erfahren will, dem sei ihre eigene Website empfohlen oder doch mal sich auf den einschlägigen Portalen der Kampfsportvereine umzuschauen. Ich jedenfalls war ganz beeindruckt davon, wie viel Zielstrebigkeit und Kampfeslust heute auch in Ihren Antworten dabei waren. Wenn Sie Lust haben, mal wieder einen Podcast zu hören, in zwei Wochen wird die nächste Folge erscheinen. Gerne hinterlassen Sie mir eine Bewertung für heute und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Mayer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman Herzog-Instituts. Zu hören? Überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!